Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Robins Finanzwelt. Heute habe ich mal wieder die Tesla-Aktie für euch dabei. Wir schauen uns hier die aktuellsten News an. Hier geht es jetzt auch eventuell um den neuen Standort, also seid gespannt. Ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und wir schauen uns mal kurz und knapp wieder den Aktiencheck an, gehen so ein bisschen auf die vergangenen Zahlen und auch auf die geplanten Zahlen ein und schauen uns dann den Chart gemeinsam an. Ja, und bevor wir jetzt starten, würde ich mich natürlich immer freuen, wenn ihr jetzt gerne ein kostenloses Abo da lasst, um mich zu unterstützen. Würde mich echt mega freuen, wenn ihr hier mit dabei seid. Dann schauen wir uns jetzt mal, wie gesagt, die aktuellsten News an. Das mal so als Start. Und da geht es jetzt eben um das Thema auch neuer Produktionsstandort. Und Elon Musk hat sich hier eben mit dem indischen Premierminister Narendra Modi getroffen. Und man möchte hier sehr, sehr schnell eben in Indien präsent sein. Also es geht hier um das Thema Indien. Und es geht hier eben jetzt einfach auch um weiteres Unternehmen mit Tesla, was den Produktionsstandort mit ein bisschen nach Indien verlagern will. Und Modi ist hier zu einem zweitägigen Besuch in den USA und traf eben hier Musk in New York. Und man hat hier wohl eben über mögliche Pläne von Tesla gesprochen, in Indien Produktionsstätten für die E-Fahrzeuge und Batterien auch zu errichten. Und man hat das Treffen hier wohl als ein sehr, sehr gutes Gespräch auch beziffert. Und man ist auch zuversichtlich wohl von den Seiten, dass Tesla auch bald in Indien vertreten sein wird. Wie gesagt, ob das Ganze zu 100 Prozent passt und wann, kann man immer nicht sagen. Aber es ist wohl so, dass das sehr, sehr gut gelaufen ist, die Gespräche. Und man hofft, dass man ja nicht allzu langer Zukunft eben hier auch was ankündigen kann, also was Offizielles rausgeben kann. Und wie gesagt, man hat auch hier so ein bisschen dazu ermutigt, dass Tesla auch nach Indien rüberkommt. Und das möchten sie auch. Also Tesla will rüber. Und das Treffen erfolgte eben vor dem Hintergrund, dass US-Unternehmen eben die Lieferketten weg, so ein bisschen von China diversifizieren wollen. Und da ist halt Indien als guter oder sehr, sehr starker Wachstumsmarkt angesehen. Und da hat Muskwo auch angekündigt, dass er wahrscheinlich bis Ende des Jahres einen Standort für eine neue Tesla-Fabrik auswählen wird. Es gibt enormes Potenzial eben hier für die nachhaltige Energieerzeugung in Indien. Angefangen natürlich auch gerade vom Wetter gesehen. In Solar und auch aber in Windenergie. Aber ich persönlich sehe jetzt das Thema Solar sogar da ein bisschen weiter vorne. Und Musk hofft auch mit seinem Starlink-Satelliten-Internet, abgelegene und ländliche Gebiete hier in Indien versorgen zu können. Auch das ist ein ganz, ganz großes Thema. Genau, also man muss hier einfach schauen, wie die ganze Sache weitergeht. Ich werde es für euch mit verfolgen. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, was ihr zu dem Thema denkt. Jetzt springen wir mal direkt in die Zahlen. Und hier schaut es bilderbuchmäßig aus. Wir sehen auch, dieses Jahr sollen die Umsätze rasant weiter ansteigen. Von 81,4 Milliarden auf jetzt 100 Milliarden US-Dollar. Nächstes Jahr dann planmäßig 129. Wir sehen es ja auch in den Umsatzkurven. Und auch die Umsatzrendite soll so um die 16, 12, 14, 15 Prozent Marke schwanken. Also auch sehr, sehr starke Werte. Die Nettomarge so um die 10 bis 12 Prozent. Also auch da sehr, sehr stabil. Wenn wir sehen, 2020 hatten wir ja noch Nettomargen von 2,2 Prozent. Der Gewinn pro Aktie auch soll sprunghaft hochgehen bis 2024 auf 4,78 US-Dollar pro Aktie. Und auch die Free Cashflow Conversion hier bei rund 70 Prozent. Und wie gesagt, alles in allem sehr, sehr starke Werte. Und da springen wir jetzt auch mal in den Chart. Und auch der schaut sehr, sehr stark aus. Wir konnten uns vom T4 hier im Jahr von 102 Euro ganz, ganz stark lösen. Wir haben es über die 50-Tage-Linie und über die 200-Tage-Linie im langfristigen Bereich geschafft. Stehen jetzt bei einem Kurs von über 240 Euro. Das heißt, die Aktie hat sich mehr als verdoppelt oder so verzweieinhalbfacht eigentlich. Also richtig stark oder starkes Comeback von der Tesla-Aktie. Wir hatten hier einen Jahreshoch von 310 Euro. Man ist da gar nicht mehr ganz so weit entfernt. Und wie gesagt, die Chartlage, wir sehen, es schaut hier sehr, sehr positiv aus, muss man sagen. Und wenn jetzt da noch positive News weiter folgen, vielleicht auch was das Thema Indien betrifft, dann kann ich mir vorstellen, dass es hier so weitergehen könnte. Ich bleibe für euch weiter mit am Ball und bin jetzt mal wirklich auf eure fleißigen Kommentare gespannt. Ja, und wenn euch mein Video und mein Kanal jetzt gefallen hat, dann lasst doch an dieser Stelle gerne ein kostenloses Abo da. Aktiviert noch schnell die Glocke, um hier kein Video mehr zu verpassen. Würde mich mega freuen an dieser Stelle. Das war es von meiner Seite. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Ich freue mich aufs nächste Video und bis zum nächsten Mal. Ciao!